Hallo zu Rundum Fitsch mit Astrid. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei sein wollt. Wir wollen heute mit einem Stepper arbeiten. Vielleicht habt ihr auch so einen zu Hause. Wenn ihr damit arbeitet, dann achtet immer darauf, dass ihr ihn nicht gleich in der ganzen Höhe aufbaut. Ihr könnt ihn immer mit der ersten Stufe starten. Das ist ganz besonders gut, wenn du noch nicht trainiert bist. Also die ersten Male immer mit der niedrigen Stufe beginnen und nicht gleich mit der hohen Stufe. Ganz wichtig. Du brauchst wieder einen Schluck Wasser, ein Getränk in den Reichweite hinstellen, das du zwischendurch immer mal deinen Schluck nehmen kannst. Wenn du jetzt auf deinem Stepper arbeitest, achte darauf, dass du mit dem Fuß ganz drauf gehst und nicht an der Kante nur halb drauf bist. Ja? Ganz wichtig. Also wir gehen erst einmal nur locker auf und ab auf den Stepper. Hebe richtig das Bein an. Ja? Achte darauf, dass du nicht mit der Fußspitze hängeln kannst. Und nehmen einen guten Schritt nach vorne und nach hinten. Auf und ab. Auf und ab. Schön locker. Die Arme schwingen locker mit. Und jetzt nehmen wir die Arme im rechten Winkel. Wie wenn wir ganz normal vollforsch, gehen, machen wir das Ganze jetzt auf und um Stepper. Einfach nur auf und ab. Auf und ab. Versuche das Tempo mitzumachen. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eine flotte Musik. Unterstützt uns jeweils in der Bewegung. Und die letzten zehn. Komm. Eins. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und auf der Stelle gehen. Schön locker auf der Stelle gehen. Ja? Prima. Wir fangen an der Seite an. Nur ein Bein. Auf und ab. Zur Seite und ran. Zur Seite und ran. Eins, zwei. Eins, zwei. Richtig den Fuß draufsetzen. Auch hier wieder drauf achten, dass du nicht auf die Kante gehst, sondern richtig den Fuß oben draufsetzen. Und hoch. 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 Wenn du das an einer Treppe machst, dann stellst du dich einfach seitlich hin und gehst rauf. 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 Sehr gut. Wechselt. Wechselt. Einmal die Seite. Einmal das andere Bein. Und los geht es. Hoch. 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 Oder an der kurzen Seite. Oder an der kurzen Seite wird es so aussehen. Sehr gut. Und wieder auf der Stelle gehen. Die Arme mitnehmen. Und wir wollen einmal über unseren Steps übergehen. Und wieder zurück. Hoch. Hoch. Und tief. Hoch. Hoch. Und umdrehen. Versuche kleine Schritte zu machen. Nicht zu groß. Kleine Schritte. Und locker hinter den Stepper wieder gehen. Auf der Stelle. Und noch einmal. Einfach nur rauf gehen. Und runter. rauf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Aufgepasst. Die Arme wollen wir gleich verändern. Ich zeige euch erst einmal. Aufgepasst. Die Arme gehen nach vorne im Wechsel. Mit Schlenken. Und hoch. 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 Ich beginne mit dem linken Bein aufzusteigen. Und der rechte Arm geht nach oben. Hoch. 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 Fuß aufsetzen. Denkt immer daran, richtig Fuß zu passen. Wir wechseln die Seite. Aufgepasst links hoch. Links hoch. Der linke Arm geht hoch und der linke Arm geht hoch. Wir beginnen mit dem rechten Bein die Bewegung. Und wieder auf der Stelle. Manchmal ist es ein bisschen schwierig mit der Koordination. Das passiert auch mir, dass ich mal rechts, links eigentlich anders machen will. Kein Problem. Einfach dann wieder einsetzen. Wir gehen wieder nur rauf und runter. Und jetzt wollen wir öffnen, öffnen und wieder runter. Öffnen, öffnen. Rauf, rauf, ab. Merkt ihr, mit welchem Bein du beginnst? Die Arme angewinkelt. Gehen die ganze Zeit mit. Die Arme sind im Schwung dabei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ein, zwei. Sehr gut. Hoppla. Und auf die Stelle gehen. Wir wechseln das Bein. Das Beginnerbein ist jetzt gewechselt. Sehr schön. Wieder auf den ganzen Fuß achten, dass der ganze Fuß abgesetzt wird. Und dann die letzten zwei. Die letzten zwei. Und auf der Stelle gehen. Schön locker. Auf der Stelle gehen. Mal tief einatmen. Und ausatmen. Mal tief einatmen. Und ausatmen. Sehr schön. Wir stellen uns jetzt seitlich hin. Nehmen ein Bein auf unsere Treppenstufe oder auf unseren Stepper. Gehen hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Einmal strecken. Und strecken. 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 Hoch. Und das ganze Gewicht geht auf das Bein. Was oben auf deinem Stepper ist. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Sehr gut. Die letzten fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder auf der Stelle laufen. Du drehst dich um. Wechselst die Seite. Stellst deinen Fuß wieder auf deinen Stepper. Und hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Richtig groß werden. Strecken. Hoch. 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 Schön hochkommen. Mach dich groß. Mach dich groß. Fuß. Die letzten drei. Zwei. Eins. Und wieder auf. Wir gehen wieder auf und ab. Auf und ab. Nur noch zwei. Einer noch. Und am G öffnet. Auf. Ab. Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Wir wechseln. Wir wechseln das Bein. Und auch für das normale Auf und ab. Wechseln wir gleich noch mal das Bein. Die letzten zwei. Und auf und ab. Hoch. Und tief. 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 Wir wechseln. Und wieder auf der Stelle gehen. Locker gehen. Und noch mal tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Wenn du jetzt zum Beispiel keinen Stepper oder keine Treppenstufe bei dir in deiner Wohnung direkt hast, könntest du auch ein dickes Kissen nehmen, was ungefähr so ist, wo du einfach zumindest drauf gehen kannst, aber was vielleicht dir ein bisschen das Gefühl gibt, eine Stufe zu haben. Das Kissen sollte nicht zu weich sein. Etwas fester wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Und dann trinkt zwischendurch einen Schluck. Und dann geht es gleich weiter. Wir wollen rauf gehen und klatschen. Rauf gehen und klatschen. Rauf gehen und allerdings klatschen. Und rauf klatschen. Und höp. Höp. Klatschen. Mach mit. Klatschen die Hände. Klatschen die Hände. Klatschen. Klatschen. Und noch mal. Komm. Klatschen. Und klatschen. Nochmal. Nochmal. Ja. Sehr gut. Und ohne Hände Nehmen die Arme wieder mit Schön weitermachen Ein bisschen Kondition ist dafür Jetzt von Knöten Weitermachen Steiger deine Ausdauer Sehr gut Und auf die Stelle gehen Lockern Schön auslockern Und dann wollen wir auftippen Und nur die Fußspitze geht drauf Einmal schrauben Nur die Fußspitze und drauf Tipp, tipp, tipp Tipp, tipp Nur die Fußspitze Vorne und hinten jeweils Und wechseln Sehr gut Und jetzt aufgepasst Beim Wiederaufsetzen auf dem Boden Direkt den ganzen Fuß aufsetzen Also tipp Und den ganzen Fuß Tipp Und wechseln Und wechseln den Fuß Und aufgepasst Wir wechseln auf die Felsen Fersen und ganzen Fuß Fersen und ganzen Fuß Fersen und ganzen Fuß Hoch Hoch Und Rhythmus Vor und hoch 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 Die letzten fünf Vier Drei Zwei Eins Wechseln das Bein Und nochmal Hoch 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 Und ausschütteln Schön ausschütteln Sehr gut Und jetzt wollen wir noch einmal Auf unseren Stepper drauf gehen Auf unsere Stufe In der Mitte Hoch Und wieder runter Hoch Und wieder runter Ein bisschen nach vorne Und nach hinten Und komm Nach vorne Nach hinten Nach vorne Nach hinten Sehr gut Richte dich auf dabei Noch mal Hoch Und tief Wir wechseln die Seite Wir gehen auf die andere Seite Wir beginnen Hoch Vor Und wieder zurück Und Ein Stück nach vorne Und nach hinten Und nach hinten Kräftig Ja, du brauchst es nicht schneller machen Genieße diese Übung Und die letzten Sehr gut Ausschütteln Lockern Und Ein letztes Mal Wie am Anfang Beginnen wir Noch einmal Drauf zu gehen Und wieder runter Ja Und los geht es Rauf Runter Im Wechsel Merke dir das Bein Mit dem du als erstes Drauf gehst Bei mir ist es jetzt gerade Mein linkes Bein Aus deiner Sicht Rauf und runter Rauf und runter Auf der Stelle gehen Und mit dem anderen Bein Starten wir Die nächste Runde Rauf und runter Rauf Hoch Ja Versuche das Tempo mitzumachen Hoch Hoch Und wieder auf der Stelle Mit öffnen jetzt Welches Bein beginnt Auf der Stelle gehen Mit dem anderen Bein Und auf der Stelle gehen Sehr gut Seiten stellen Und es geht hoch Und vor Hoch 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 Noch drei Zwei Einer noch Und wir wechseln die Seite Hoch Wichtig Immer die Seiten zu wechseln Damit du nicht einseitig trainierst Die letzten drei Zwei Zwei Und einer nur noch Und auf der Stelle gehen Prima Wunderbar Ich habe noch eine zweite Sache für uns Wir nehmen Einmal Die Stepper zwischen uns In der Mitte rauf gehen Und Rauf Und rauf Und rauf Und runter Super Super Die gleiche Übung Könntest du natürlich auch machen Ohne Stepper Ja Einfach nur Zur Mitte gehen Ja Wäre die gleiche Übung Und mit Stepper Sieht es dann wieder so aus Und zwar Rauf Runter Runter Und auch hier wollen wir gleich nochmal Die Seite wechseln Mit der wir angefangen haben Die letzten fünf Vier Drei Zwei Eins Aus Und locker gehen Schön locker Wir schieben den Stepper Bereite Ihr nehmt einen kleinen Schluck Zur Stärkung Und dann Wollen wir uns ein bisschen lockern Schön lockern Die Beine Schön sanft Abrollen Nach vorne auskicken Nach vorne auskicken Sehr schön Wir gehen einmal in die Grätsche Soweit es für dich möglich ist Gehst du in die Grätsche Ja Und lass dann nochmal einen kleinen Moment stehen Es darf hier ein bisschen ziehen Schau Noch mehr möglich ist für dich Noch einen kleinen Moment stehen bleiben Wenn du Knieprobleme hast Achte darauf Dass deine Füße nach vorne gerichtet sind Und nicht nach außen weg zeigen Schön gut atmen Atmen Und dann wandern die Beine langsam Wieder zusammen Sehr gut Wir wollen uns einmal beugen Gerade den Rücken machen Und mit dem gerollten Rücken wieder aufstellen Runter gehen Rücken rollen Und runter gehen Rücken Und noch einmal Und wir bleiben oben Wir ziehen uns einmal in die Länge Zieh dich in die Länge Noch einmal in die Länge ziehen Sehr schön Nehme die Hände einmal hinter deinen Körper Zieh sie nach unten Nach unten ziehen Beine leicht gebeugt Senke deinen Kopf Richtung Bauchnabel Zieh deinen Kinn tief runter Öffne langsam deine Arme Und hebe langsam den Kopf wieder Einmal ausschütteln Die Arme ausschütteln Die Beine ausschütteln Einmal ein bisschen Wackelpudding machen Sehr schön Und dann kannst du dich an einer Wand vielleicht festhalten Oder an einem Stuhl Greif an dein Bein Und zieh sanft nach hinten Achte drauf Dass deine Beine in Kranee sind Und dass nicht das eine Bein vorne oder da hinten ist Dass du einigermaßen gerade aufrecht bist Atme ruhig weiter Und einen Moment halten Halten Sehr schön Langsam lösen Und einmal die Beine Das Bein wechseln Langsam zum Fuß gehen Und wieder darauf achten Dass dein Bein parallel zum anderen ist Ganz in Ruhe stehen Halten Halten Und dann Langkorn lösen Ausschütteln Nochmal alles ausschütteln Du stehst einen Fuß nach vorne Fußspitze angezogen Und ziehst richtig schön die Fußspitze zu dir ran Hilf du deinen Rücken gerade tragen dabei Drücke dich hier hinten In den Beinen jeweils runter Langsam aufrichten Wechsel einmal das Bein Und wieder nach vorne Fußspitze angezogen Gerade Rücken Einmal die Rückseite dehnen Schön hochziehen Langsam aufrichten Nochmal Tiefluft holen Und ausatmen Nochmal Tiefluft holen Und ausatmen Sehr schön Das war's für heute Mit Astrid bei Rundephüt Mit dem Stepper Ich hoffe es hat euch Spaß gebracht Und ihr seid bald wieder mit dabei Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss